Geschlecht war gestern, heute gilt Gender. Aus dem Einsatz für Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein Kampf um Gleichbehandlung aller sexuellen Identitäten geworden. Das meint Buchautor Christoph Rädel. In seinem Buch Gender geht er dabei den wichtigsten Fragen auf den Grund. Wo erleben wir Gender im Alltag? Was sind berechtigte Vorstellungen von Gleichheit zwischen Mann und Frau? Und wo liegen Grenzen? Dabei verweist er auf die christliche Ethik und will durch sie Orientierung geben. Gender, das Buch. Sachkundig, differenziert und hochaktuell. Jetzt erhältlich in ihrer Alpha-Buchhandlung.